Na, Andi? Das war ja wieder ne Aktion. Dann sollen wir nicht über den Weg laufen, sonst hau ich den gleich noch mal um. Ja, gleich ummachen, wenn er dir blöd kommt. Hör mal, wir müssen da noch mal über deine Versicherungsgeschichte reden. Der Gerald Kiebauer ist einer von den besten Orthopäden und ich hab extra noch mal mit ihm gesprochen. Und er hat gesagt, da ist nix mehr zu machen. Ja, ein Profi ist natürlich jetzt nix mehr. Scheiße, auf so ne Chance hab ich doch immer trainiert. Andi, du bist sonst nicht so nix, guck in die Luft.